Wir feiern an Pfingsten zwei Sachen. Einmal, dass aus einer immer noch recht verschreckten, eingeschüchterten Schar von Fischern und Handwerkern irgendwo aus Galiläa und Umgebung plötzlich eine Truppe von komplett Furchtlosen, den Tod in keiner Weise fürchtenden, Verkündigern und Aposteln, Märtyrern geworden ist, die losziehen und die Botschaft von Jesus Christus in alle Welt tragen. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge von Credo Talk. Ich bin der Samuel Bittner und mache gerade ein Praktikum bei Credo und darf heute mit meinem Namensvetter Samuel Hartl sprechen. Hallo Samuel. Hallo. Samuel, ich darf dich kurz vorstellen. Du bist 19 Jahre alt. Du studierst aktuell Psychologie und Philosophie in München. Ehrenamtlich engagierst du dich in der Jugendarbeit und wirst auch dieses Jahr beim Fest der Jugend in Augsburg sprechen. Die allererste Frage, wo genau bist du denn in der christlichen Jugendarbeit aktiv? Wie viel Zeit nimmt das ungefähr neben deinem Studium in Anspruch und was ist dein Herz dahinter? Ich bin einmal aktiv in G4C. Das ist eine ökumenische, charismatische Jugendgruppe, die sich hier in Bibuk, wo wir gerade auch sind, im Koinonia-Haus wöchentlich trifft und wo wir einfach gemeinsam Lobpreisen, wo wir gemeinsam Inputs hören und Gemeinschaft leben. Und mein Herz dahinter ist eigentlich sehr stark, dass ich mir wünsche, dass junge Leute im Glauben wachsen und Jesus kennenlernen als einen Gott, der real ist und der lebendig ist. Und das durfte ich in dieser Jugendgruppe und anderen solchen Jugendprogrammen auch schon. Und das ist ein großer Schatz, den ich habe und den möchte ich sehr gerne weitergeben. Du hast durch deine Eltern den Glauben von Anfang an kennengelernt. Du hast auch erlebt, wie die Mehrkonferenz des Gebets aus Jahr für Jahr gewachsen sind. Das heißt ja aber nicht automatisch, dass du in die gleiche Spur gehst. Gab es eine Zeit, wo du die Begeisterung für den Glauben so gar nicht richtig teilen konntest und musstest du da auch erst deinen eigenen Weg finden? Also ja, ich bin prinzipiell immer christlich aufgewachsen, aber ich glaube, gerade so in meinen Teenie-Jahren, sagen wir mal 14, 15, 16, gab es durchaus Zeiten, wo ich vielleicht Sachen im Kopf gewusst habe und irgendwie wusste, ja okay, Jesus liebt mich, was auch immer. Aber es brauchte noch diesen Moment, wo es auch für mich real wurde, wo es für mich spürbar wurde und ich es von dem, was meine Eltern mir irgendwie mitgegeben haben, zu meinem persönlichen Glaubensgut gemacht habe. Und da war für mich sehr entscheidend meine Jüngerschaftsschule, die ich gemacht habe und auch die Zeit von Corona, weil ich plötzlich in meinem Zimmer saß und dann irgendwann angefangen habe, okay, ich mache jetzt Gebetszeit, weil ich eigentlich schon länger diesen Wunsch hatte, dass das irgendwie real ist, aber es lange Zeit noch nicht war. Und da war es für mich sehr wichtig, diesen persönlichen Weg zu gehen tatsächlich. Und ich glaube, es ist auch nicht austauschbar für irgendjemanden, nicht diesen persönlichen Weg von Jesus kennenlernen, durch Gebetszeit, durch Dranbleiben, durch Treue, auch wenn es hart ist, zu gehen. Jetzt gehen wir auch als Kirche auf Pfingsten zu. Wie würdest du beschreiben, was feiern Christen an Pfingsten und was hat der Heilige Geist für eine Bedeutung? Ich würde sagen, wir feiern an Pfingsten zwei Sachen. Einmal, dass aus einer immer noch recht verschreckten, eingeschüchterten Schar von Fischern und Handwerkern irgendwo aus Galiläa und Umgebung plötzlich eine Truppe von komplett Furchtlosen, den Tod in keiner Weise fürchtenden Verkündigern und Aposteln, Märtyrern geworden ist, die losziehen und die Botschaft von Jesus Christus in alle Welt tragen. Auf der anderen Seite feiern wir, dass diese Kraft, der Heilige Geist, also Gott in Aktion, die dritte Person der Dreifaltigkeit zu uns gekommen ist und das nicht nur damals wirkt, diese Veränderung hin zu Furchtlosigkeit und Freude, sondern heute noch Beistand ist für uns und heute noch mit uns geht, durch die Zeiten, die schwierig sind und uns vor allem Potenzial und Kraft gibt, um Dinge zu verändern für das Königreich Jesu. Wir haben in der katholischen Kirche ja sogar ein besonderes Sakrament, die Firmung, wo die Gefirmten den Heiligen Geist empfangen. Wie hast du persönlich deine Firmung erlebt? Alles in allem, würde ich sagen, war meine Firmung eher unspektakulär. Es war eine schöne Feier, es war ein wunderschöner Tag und so weiter, aber da würde ich sagen, ist sehr wichtig, auf dieses Ding von Wirksamkeit und Gültigkeit einzugehen, weil das Sakrament wurde gespendet und das gilt, aber ob ich den Heiligen Geist tatsächlich in mein Herz lasse, ihn tatsächlich erlebe, er tatsächlich in mir wirkt, steht auf einem anderen Blatt. Und ich würde sagen, das durfte ich mit der Zeit erleben, wie Jesus mich auch Stück für Stück mit reingenommen hat, den Heiligen Geist wirken zu lassen. Und was mir dabei sehr hilft, ist zu wissen, dass der Heilige Geist gültig in mir wohnt durch die Firmung, aber dann sozusagen diese Schritte, wo er wirksam wird und ich ihm zulasse, in mir zu wirken, nach und nach mit ihm zu gehen und dass er da auch gnädig mit uns den stolpernden Weg geht, sozusagen. Du hast gerade gesagt, dass sozusagen die Firmung schon ein Erlebnis war, aber du hast den Heiligen Geist noch nicht ganz so gespürt erst später. Was würdest du jetzt Jugendlichen sagen, die auf die Firmung zugehen und sich gerade fragen, ja, soll ich überhaupt zur Firmung gehen, die einfach gerade große Zweifel auch haben, ob sie diesen Schritt gehen sollen? Ich glaube, was man sich vor Augen halten muss, ist, dass die Firmung eine tatsächliche, bewusste Entscheidung ist. Ich glaube, das gerät heute oftmals auch ein bisschen in Vergessenheit und Firmung wird zu einem weiteren Eintrag in das Familienbuch, was man halt so tut. Aber dass Firmung tatsächlich bedeutet, ich stelle mich wirklich in Königreich Jesu, ich stelle mich wirklich zu Jesus. Und ich kann eigentlich jeden Jugendlichen auch nur ermutigen, da Jesus zu vertrauen, selbst wenn es schwer fühlbar ist. Es gibt leider diese Zeiten, wo es sich noch schwer anfühlt oder wo man noch nicht in diesem Ding ist, oh, alles ist so super und ich bin so happy, klappy drauf, weil Jesus ja immer bei mir ist, sondern wo es relevant ist, dass wir glauben, ohne zu sehen. Und ich glaube, dass Jesus solche Treue tatsächlich honoriert und tatsächlich darauf antwortet und wir eben diese Schritte entgegen gehen. Und ich würde jeden ermutigen, das einmal mit Dach zu prüfen, hey, was ist dran für mich, aber dann diesen Schritt der Firmung auch dahingehend bewusst zu gehen, dass wenn du diesen Schritt gehst, der Heilige Geist tatsächlich auf dich kommt. Ob du das spürst oder nicht und damit in dich eine Würde, in dich eine Kraft gelegt ist, die du vielleicht erst Schritt für Schritt entdeckst, aber die tatsächlich real ist. Beim Fest der Jugend wird ja den Jugendlichen auch die Möglichkeit gegeben, sozusagen diese Lebensübergabe neu zu gestalten. Wenn zum Beispiel die eigene Firmung noch nicht dieser Entscheidungsschritt war, dann kann man das zum Beispiel beim Fest der Jugend ja auch nachholen. Jetzt wirst du dieses Jahr auch beim Fest der Jugend sprechen. Nimm uns doch mal mit hinein, was genau ist dein Thema? Über was möchtest du einfach den Jugendlichen erzählen? Es ist ein Thema, das mich schon länger sehr begeistert und sehr fasziniert. Meine Jugendlichen aus der Jugendgruppe können da auch ein Lied schon von singen. Der Heilige Geist führt uns tatsächlich in ein Maß von Freiheit und Freude und Wirkkraft im Reich Gottes, das einfach total alle Vorstellungen sprengt. Und ich werde genau darüber reden, also welche Kraft kann der Heilige Geist in uns freisetzen? Welche Freude will er freisetzen und welche Freiheit? Ich glaube, der Heilige Geist ist die Kraft in uns, die Person Gottes, die das zum Wirken bringt, was wir an Identität, was wir an Freiheit und an Gnade durch Jesus erwirkt bekommen haben. Und ich möchte die Jugendlichen einladen auf einen Weg hinein in diese Freiheit und in diese Freude. Samuel, vielen Dank für das Interview. Wir möchten euch auch an der Stelle ganz herzlich einladen zum Fest der Jugend von 17. bis 19. Mai in Augsburg-Fersee. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank dir fürs Interview, Samuel. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.